Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Gey aus dem Kryptografie. Ich bin euer Krypto-Trainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv kein Finanzverrat. So, wir haben einen Kalender mit ein paar Einträgen bis zum Ende des Jahres. Das sind zwei Dutzende, nicht so die Welt. Und falls ihr euch für solche Makrosachen interessiert, ich habe bei uns im Discord mal gepostet, das ist eins der Blogs oder besser gesagt Newsletters, relativ gut zusammengefasst, nicht zu technisch, also finanztechnisch gesehen und auch einfach zu lesen. Da kann man etwas mehr Einblicke in die aktuelle Makrolage gewinnen, ohne wirklich viel Zeit investieren zu müssen. Und kommen wir zum nächsten. Das ist nämlich das hier, gestern Discord, ich habe das leider verpasst zu dem Zeitpunkt, von STFX, das ist eine neue Plattform, die gerade kurz davor ist zu launchen. Das ist eine Social Trading Plattform, die sind aktuell ziemlich im Kommen. Da kann man praktisch andere großen, in Anführungsstrichen, Trader zugucken oder mit ihnen traden und die geben noch zusätzlich Kommentar dazu ab, was sie gerade machen oder warum sie etwas machen. Und dort war unterwegs gewesen gestern Gigantic Rebirth und der andere Cryptocrat. Gigantic Rebirth, also den Cryptocrat kenne ich selbst nicht, aber Gigantic Rebirth kannte ich damals von deinen Tweets schon, als der nämlich gegen Do Kwan diese 10 Millionen Wette eingegangen ist. Und er wollte das sogar noch erhöhen auf 20 Millionen und da war der Do Kwan schon nicht mehr auf dem Schirm gewesen. Und er hat auch letztes Ende, letztes Jahr im November, als er ziemlich hoch geschossen hat, sind er mit Bitcoin auf über 60.000, hat er damals schon im Markt geshortet gehabt. Wie gesagt, das sind alles nur Sachen, die er öffentlich bekannt gegeben hat, was er letztendlich im Hintergrund treibt, das weiß auch niemand, nur dass er halt mit relativ großem Volumen an der Stelle tradet und bisher eben sehr gut getroffen hat, den Markt und dass er dort eben auch unterwegs ist. Das ist auch, was ich immer sage, echte Trader, normalerweise, die zeigen sich nicht auf dem Schirm und vor allem, die haben keinen Bedarf dafür, irgendwelchen Referrals oder Trading Sachen zu verkaufen, wie die eben dieser, was ich gestern auch in den Nachrichten angesprochen habe, dieser Shills. Und das Interessante ist an der anderen Stelle, nur weil die auf diesen Social Trading Plattformen unterwegs sind, die sollte man nicht glauben, nur ich folge denen, ich mache denen alles nach, dann wird alles gut sein. Erstens, ihr wisst nicht, ob sie gleichzeitig, vor allem im Hintergrund mit einem Secondary Account, den man nicht einsehen kann, ihren Risiken reduzieren, durch Hedging oder sonst was. Und zweitens, das, was bei ihnen im Kopf vorgeht, diese psychologische Vorgänge, das ist ja eben das, was normalerweise die guten oder von den schlechten Trader, sagen wir mal 98 Prozent, die eben mit der Zeit keinen Gewinn machen von den zwei oder fünf Prozent, die tatsächlich richtig Rendite fahren, unterscheiden. Weil beim Trading kommt es nicht auf die Strategie. Aber Strategie, ja, das braucht man, aber das ist meiner Meinung nach, der höchste ist halt die Psychologie, die da drin spielt, ja. Die muss man im Griff haben und danach kommt natürlich das Risikomanagement. Und das haben halt die wenigsten wirklich drauf. Einfach gesagt, das ist, ne, das ist auch der Grund, warum ich nicht trader, ja. Trading ist ein Handwerk, ja, ist ein Kunstwerk, äh, Kunstfertigkeit, den man sich aneignen muss durch jahrelange Training und immer wieder, immer wieder, ja. Man wird auch kein Olympiasieger, wenn man zweimal in der Woche draußen joggen geht, ja. Und so ist es mit Trading auch. So, jetzt haben wir einige an News, ja, in den letzten Tagen ziemlich zusammengeklumpt. Und das erste ist natürlich, dass bei FTX, ne, FTX US, der CEO zurückgetreten ist, ja, Brad Harrison. Und fünf Tage zuvor, ne, ist bei Cragen, ne, das ist auch eine der großen Plattformen in den USA, auch bei uns sehr angesehen für seine, ja, sag ich mal, relative konservative, ne, Einstellung, also die Plattformen und, ähm, relativ hohe Sicherheit und, äh, das ist da, ne. Ich meine, bei FTX ist ja vor kurzem der, der Co-Founder, ne, zuerst ist der SBF selbst ausgestiegen und dann ist sein Nachfolger ausgestiegen und jetzt ist diese, ne, Nachfolgerin, der Nachfolger, diese Frau an der Spitze und, also, da geht einiges vor sich, ja, und niemand weiß, was, also, ich weiß es zumindest nicht, ja, ich kann es schwer einschätzen, was sie da wirklich vorhaben, zum Beispiel auch bei Celsius, gut, Celsius ist schon Insolvenz, ne, ne, aber dass der Alex Marchensky jetzt zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Monate später erst zurücktritt, ähm, ja, hat wahrscheinlich auch was mit den, äh, laufenden Insolvenzverfahren zu tun und, ähm, aber, ne, FTX hat jetzt auch zusätzlich, ähm, geliebäugelt, beziehungsweise der SBF, SBF selbst hat gesagt, ähm, ja, der kann sich vorstellen, zumindest, ne, ähm, die Assets von Celsius halt sich dafür zu interessieren, ja. Ja, und das war auch, was Anfang Juni, als das Ganze losging, die Lawinen, ne, ne, von einigen, sag ich mal, Aluhutträger, ja, da in der Richtung vermutet worden ist, dass, ähm, durch diesen kompletten Zusammenbruch des Marktes, ja, die Großen, die, ähm, die stehen bleiben werden, ne, Binance hat sich auch bemüht, bei Voyager sich einzukaufen, dass die Großen, die stehen bleiben, äh, ne, diese, sag ich mal, pleitegehenden kleinen Unternehmen alle aufkaufen werden und wir eine praktische Konzentration der, der eher, ne, verstreuten, äh, oder breiten Markt zu einigen wenigen, äh, die bestehen bleiben sehen werden. Ja, ich werde euch auf jeden Fall da in der Richtung auf dem Laufenden halten. Und wir haben OpenSea, ne, vor zwei, drei Tagen erst berichtet, ja, ähm, die sind auf Arbeit schon gelauncht und jetzt, äh, schon auf Optimism, ne, gleich hinterher. Und das ist auch langefällig, ja, super langefällig. Und, äh, das sieht man auch an den Grafiken, ne, ich meine, das erste ist natürlich, ne, OpenSea, als LuxRare letztes Jahr noch im Bullenmarkt gelauncht ist, da haben viele gesagt, ah, das ist nix und so, die haben, ne, das ist diese Vampire-Attack, was die gesagt haben, die haben einfach an alle, die auf OpenSea getradet haben, ne, ihren Lux-Token gedroppt und, ähm, sozusagen, die Plattformen direkt den Leuten in die Hand gegeben, ja, und die sind ziemlich hochgekommen. Und das zweite ist natürlich das Sudo, äh, das Sudo-Swap, ja. Sudo-Swap ist, wie gesagt, ne, geht einen komplett anderen Weg wie, äh, OpenSea und hat mittlerweile auch schon 7, 5 bis 7 Prozent Marktanteil von OpenSea abgegraben und ich kann mir sehr gut vorstellen, ne, OpenSea jetzt versucht, eben durch diese weitere Schritte etwas mehr Markt zurückzubekommen, aber, ja, ob das klappt oder nicht, werden wir sehen. Bloomberg, ja, das war die große Schlagzeile gestern in fast allen Medien gewesen, ähm, ich hab das auch nur am Rande mitgekriegt, diese zwei Explosionen von, ähm, von, in Nordsee, Ostsee oder Nordsee, ja, wo die Pipeline halt, ähm, auf Meeresgrund verläuft und dass diese Pipeline, ne, irgendwie 4 Zentimeter Stahlwand haben, draußen nochmal 10, 12 Zentimeter, ne, äh, Betonwand, also dass sie schon extrem massiv sind, ja, da kommt man nicht ohne weiteres durch und, dass beide Pipeline eben an der Stelle gesprengt oder sabotiert oder was auch immer, ne, zerstört worden sind, ähm, deutet eben viel da drauf hin, auch zum Beispiel bei den Messungen, ja, der, 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 der Wellen oder wie man das nennt, zeigt zumindest beide ziemlich zeitnah, in, ähm, halt durch Explosionen, ja, ähm, und nicht durch normalen Leck kaputt gegangen sind und dass Bloomberg natürlich eines der größten Medien, ja, die USA, ne, man muss da mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, das sind, ja, nicht der Unbiased-Berichte, die sagen, hey, das sind definitiv die Russen, ja, die es gemacht haben, um eben nochmal diese, diese Krise da im Osten einen Schritt voran zu eskalieren. Ich meine, klar, ja, auf der einen Seite, ne, kann man sagen, ja, der Putin, der ist unberechenbar, ja, das ist ein, ähm, ja, Diktator hier am Schlussstrich und was, was er sich in den Sinn setzt, das macht er auch, ja, egal, ne, ob das Sinn macht oder nicht, aber andererseits, ich meine, dieser, der Grund, die Grundlage, ja, die, warum natürlich dieser Konflikt, ähm, der Krieg da stattfindet, ne, und vor allem, dass diese, dass ja hier Europa mit dem, mit der Reduktion von Gaslieferungen und so weiter immer mehr unter Druck setzt, dieser Hebel, die fällt halt dadurch komplett weg, ja, weil der kann, selbst wenn er wollte, ja, nicht mehr in Verhandlung treten mit diesen Gasgeschichten, Gaslieferungen als, ne, ähm, als Kartenärmel, ne, man kann natürlich sagen, okay, jetzt hat er, ne, komplett alles ausgeschöpft an der, in der Richtung, ja, und, also, für mich, aus meiner Sicht macht das nicht viel Sinn an der Stelle, dass, äh, das Russland selbst das halt sabotiert, ja, sondern eher vielleicht sogar, ne, ein Drittländer, ja, an der Stelle oder vielleicht sogar USA selbst, ne, wer, wer, wer weiß, also, an der Stelle, vielleicht kommt das einiges Tages raus, wer es war, ja, vielleicht auch nicht, wir werden sehen, und wir haben, äh, von Sandford, ne, Sandford ist alles ja Uni, ich glaube, die haben auch so einen Online-Blockchain-Kurs und die haben, ähm, einen, einen Vorschlag, das heißt, nur ein Paper, ne, äh, daraus erzeugt, wo drin die gesagt haben, hey, ne, diese ganzen Hacks und Scams, die es da gibt, es ist vielleicht, ähm, ähm, von Interesse, ja, nur das mal zu berücksichtigen oder zu überlegen, inwiefern man so einen Transaktionsart ERC20, ne, das ist der Standard 20R einführt, ja, das heißt, dass man theoretisch alle Transaktionen mit einem gewissen Zeitraum dahinter, ne, äh, rückwirkend abwickeln kann, ne, und das geht letztendlich noch nicht mal auf die Technik, ja, sondern wenn man das, sag mal, in der realen Welt sieht, ne, es ist, es geht auch um Vertrauen, ne, das ist eben das, wo es eigentlich, worum es eigentlich geht, das heißt, was, was passiert in der realen Welt, ne, wenn wir, sag ich mal, Geld überweisen oder jemanden schicken, ja, oder uns jemanden schicken, ne, solange, klar, ist, solange es auch auf deinem Konto ist, ja, gehört es dir theoretisch, ja, aber selbst wenn du es auskassierst, ne, wo, ne, so würde ich mir jetzt vorstellen, wenn ich so Bank gehe, mir hat jemand 1.000 Dollar oder Euro überwiesen in Echtzeit, ja, ich ziehe die 1.000 Dollar raus, hab's dir auf der Hand, das ist wirklich jetzt meins, ja, aber selbst dann ist es nur, sag ich mal, aus meiner Sicht vielleicht zu 99,8 Prozent, ne, abgewickelt, ne, also vertrauensmöglich, denn, ja, die andere Seite kann ja immer noch sagen, hey, ne, mir hat jemand Karte geklaut oder sonst was, ja, es passiert und die Banken, Banken wickeln das rückwirkend zurück, ja, und wenn, auch wenn das Geld nicht mehr auf dem Konto ist, ja, kann, kann die Bank, und das ist eben, ne, ne, das Vertrauen basiert hier an der Stelle an eine weitere Institution, ja, die unter sich das anders regeln können, als man wollen würde, ja, hat natürlich auch den Vorteil, ne, dass man selbst ein Stück geschützt ist, aber, ne, man gibt eben an der Stelle die Verantwortung jemand anderes und, ne, bei Smart Contracts natürlich, ne, das ist auch, wo ich immer gesagt habe, der größte Vorteil von Smart Contract gegenüber der realen Welt ist noch nicht mal, ne, dass diese, diese Automation, Programmierbarkeit und sonst was, sondern, dass der Code, ne, die in den Smart Contracts sind, ja, muss sich vor Auge halten, diese Codes sind absolut, ja, das heißt, was die machen, ist komplett vordefiniert, ohne jeglichen Interpretationsspielraum, ja, und das ist eben bei Programmierung, ne, und, ähm, bei Menschen ist aber immer so, es gibt Spielraum, ja, egal, ne, deswegen gibt es ja solchen Stapel an, an Gesetze, ja, und auch diese, ne, wenn man ein Bankkonto aufmacht, kriegst du 20 Seiten zum Unterschreiben, ja, das ist da eben, um diese Interpretationsmöglichkeiten so weit möglich zu reduzieren, ja, aber trotzdem, ne, gibt es eben Leute, die da, ne, bohren und nach Löcher suchen und so weiter, und das gibt es eben bei Code nicht, ja, das heißt, bei Smart Contracts haben wir das Problem nicht, und die zweite Frage ist natürlich an der Stelle, will man wirklich, ne, diese, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass als Option, ne, ne, zwar auf eine Sidechain oder auf bestimmte Plattformen zu sagen, hey, bei uns, ne, könnt ihr swappen und traden, DeFi machen, aber ihr habt die Möglichkeit, das rückwirkend abzuwickeln, na, innerhalb von fünf Minuten oder so, aber will man das wirklich machen, ja, ich meine, theoretisch könnte ich ja auf der anderen Seite als Poolbetreiber sagen, hey, nur gut, der hat jetzt den Pool gedraint, ja, das war, das war korrekt, ja, das war möglich, aber wir wollen das nicht, also zeigen wir das als Scam und Hack ein, ja, und da muss er alles wieder zurückzahlen, und auch wenn hinterher herausstellt, okay, das war korrekt, ja, müssen wir wieder ihm zulassen, hat er trotzdem die, diese Möglichkeit oder die Chance, ja, verloren, weil, ne, die Kurse jetzt ganz woanders ist, das heißt, es gibt sowas nicht, dass man nur davon Vorteil hat, ja, durch ein neues Instrument, wie hier theoretisch, ja, entworfen worden ist, und, ne, gucken wir mal, wir haben Milliardär, ja, das ist, ich meine, zwar auch, ne, diese Tags, es geht darum, ne, dass Do Kwan natürlich auf der Flucht ist, ja, und der hat durch LFG natürlich einiges Accounts, ne, dann auf der Seite, die über Milliarden an Milliarden an Geld drin verfügen, ja, und der hat, ich denke mal, versucht, über zwei Accounts oder zwei unter den Transaktionen, einmal über Binance, ne, nicht mal Binance, einmal über KuCoin und einmal über OKEx das Geld, also ein Teil von dem Geld, was er sich angespart oder geklaut hat, auszukassieren. Eines der beiden Plattformen hat reagiert, ja, und hat das Geld dort einbehalten, ne, nicht ausgeteilt, die andere Plattformen hat nicht reagiert, so, und, ähm, die Kritik von dieser, diese Person hier ist an der Stelle, ja, ähm, ja, das ist, äh, Anti-Crypto, weil, ne, die Exchange ist das einfrieren können, man sollte es niemals dürfen, und das ist eben diese Maximalismus auch wiederum, ne, auf der Seite, um zu sagen, hier, alles Regulationsschlecht, ja, ist nicht so, denn erstens, ja, man soll einfach bewusst sein, Exchange sind keine Krypto, ja, das sind einfach traditionelle Unternehmen, ne, ne, die braucht man, wenn man tatsächlich das, was On-Chain ist, was Krypto ist, in die reale Welt bringen will, ja, wenn man das nicht möchte, ne, und, so, davon gehe ich zumindest aus, dass Krypto bestehen bleibt, in 5 oder 10 Jahren, ne, wird fast vieles, Paypal und alles, ne, was weiß ich, mehr oder weniger auf Kryptos aufsetzen, weil es einfach effizienter ist, ja, weniger Kostenaufwand. Aber, wenn man tatsächlich trotzdem das Geld in die reale Welt als Papier auskassieren will, dann braucht man einfach diese Institution, ne, und da muss man einfach sagen, sobald ich meinen Krypto auf ein Exchange überweise, habe ich, ne, so sehe ich das, so stelle ich mir das vor, habe ich jemandem mein Geld geschenkt, ja, mein Kryptos geschenkt und bin auf sein wohlwollen hingewiesen, dass er mir das ein echtes Geld wieder auszahlt, ja, aber er kann natürlich an der Stelle sagen, okay, ne, die offiziellen Regulatoren und so haben uns gesagt, wir sollen dir nichts auszahlen, also du kriegst so nichts, ne, das ist, muss man sich einmal so, ähm, im Kopf, ne, behalten und auch, es gibt viele, ja, ich meine, ich habe auch auf KuCoin und auf FTX Sachen liegen lassen, aber ich sehe das auch nicht so kritisch, ja, weil das sind kleinere Beträge und ab und zu, ne, wenn man mal hier und dort was einkaufen will, sind die auch besser, was die Kurse angeht, ja, die sind nicht komplett schlechter. Die, es gibt die Notwendigkeit für die und das ist okay, hat aber nichts mit Konzensur von Bitcoin oder sonst was zu tun, ja. So, wir haben Robin Hood, ja, das ist tatsächlich eine große Sache und das ist auch, was ich, ähm, ich meine, ne, man kann so viel über Layer 2, sonst was schimpfen, aber Polygon ist meiner Meinung nach da an der Stelle einfach die Nummer 1, ja, die haben einfach so viel, was die in deren Business Development Abteilung macht, ja, und, ähm, das ist auch meiner Meinung nach okay, ja, ich meine, es gibt Leute, die schimpfen darüber, ja, Polygon ist, ne, extrem zentralisiert, ja, die haben, da ist nichts mit Dezentralisierung und so weiter und so fort, ja, ist auch richtig so, ja, ich meine, die machen auch kein, ähm, kein Geheimnis daraus, ja, dass die zentralisiert sind und dass die, ne, die haben ja diesen riesigen Roadmap, dass die eben letzt, letzten Endes, also Endspiel, ne, die ist alles auf CK umstellen wollen, ja, und da ist es, ne, das ganze Problem vom, äh, vom Tisch, aber die verfolgen halt diesen Weg, dass, ne, die haben eine Geschäftsführung, ja, CEOs und, ähm, die wollen das Ganze so weit wie möglich nach vorne pushen, das sieht man einfach an, an die vielen Kooperationen, die in letzter Zeit hatten, es sind noch relativ kleinere Kooperationen, ja, also, das heißt, viele großen Konzernen versuchen an der Stelle mit kleineren Schritten, ja, oder Seitenprojekte mit dem, ich denke mal, einfach das Wasser zu testen, was lässt sich da machen, ja, wenn da viel Geld rausspringen, gut, ja, wenn da nichts dabei rausspringt, auch nichts passiert, ja, ne, es sind kleinere Zeitprojekte, das schadet dem Image nicht viel und man verliert nicht viel Geld darin. Ja, und, äh, dass die jetzt mit Robinhood, ähm, ein Wallet, das muss ich mir tatsächlich noch angucken, wenn es da draußen ist, momentan gibt es das nur in der Beta-Version für 10.000, ich glaube, da gibt es mehrere Millionen Leute, die sich da angemeldet haben für diese Beta-Version, weil Robinhood ist dort eben, wie bei uns, das Trade, Trade Republic oder so, wie heißt das bei uns, so ein Handy-Trading, ne, App, was, ähm, durch diese GM, ähm, GMC und, äh, Short Squeeze da 21 am Anfang ziemlich bekannt geworden ist und ich glaube, da wurden, da werden auch 40% alle Doge-Coins so drauf getradet und der Vorteil von dieser App ist, dass man dort keinerlei Gas-Gebühren bezahlt, ja, das heißt, das ist eben, ne, eines der Punkte, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sich dort eben nicht selber die Seed-Trace merken muss, das sind eben alle Schritte, ne, die haben Nachteile, aber das sind Notwendigkeit, denke ich, äh, auch aus meiner Sicht, damit wird man wirklich viele Leute onboarden kann in die Kryptowelt, ja, und von den Vorteilen zeigen kann, was man in der Krypto, ne, ähm, bekommt, ja, dass man dann danach erst, ne, dieser Bürde auferlegt, hey, wenn du wirklich Krypto machen willst, na, schaff der eigenen Wallet an, merkt er die Seed-Trace selbst, sichert die und so weiter, aber wenn man es schon als Vorherei, als Schranke aufbaut, ja, für die breite Masse, dann kriegt man halt nicht viele Leute, ne, wirklich rein in den Space, die erst dann sehen, was die für einen Vorteil haben, ja, und mal gucken, ja, wie die dabei rauskommen und wir haben, ja, das ist die Geschichte mit dem Stable Korn und ein Vergleich, der Layer 1, ne, auch Zahlen und davon gibt es zwar sehr viele, der eines der bekanntesten ist der, wie heißt der, ich vergesse mal den Namen, der macht regelmäßig solchen, ähm, äh, Datenvergleiche, ja, vor allem möglichen Top 10 oder Top 20 Chains nach allen möglichen Aspekten, die es gibt, ja, Market Cap, ähm, Aktivitäten, äh, aktiven User und so weiter und so fort, ne, und das sind alle, sag ich mal, legitime Daten, ja, denn, das sind ja echte Daten, aber das Problem ist, ähm, in der Krypto, ja, diese ganzen Industrie ist eine ganz andere als die traditionelle Finanzindustrie, ja, ja, sondern hier mit, ähm, 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 mit Zahlen zu arbeiten, die natürlich in der traditionellen Industrie viel bedeuten, ja, ist hier natürlich schwierig, ja, das ist meine Meinung und, äh, man soll das nicht ignorieren, ja, die Zahlen, sag ich mal, vor allem im Vergleich zu anderen Chains, aber man sollte vielleicht daraus auch nicht direkte Schlüsse ziehen, ja, welche Chain gewinnen kann oder verlieren kann. Interessant, tatsächlich ist meiner Meinung nach noch die Entwicklung, ja, ja, nämlich wie viel, auf welcher Chain, wie viele Entwickler unterwegs sind und wie viele davon aktiv sind und das ist tatsächlich, ähm, auch ausschlaggebend, weil, ne, Code-Entwicklung und, ähm, und wie viele Aktivitäten, sondern auf GitHub und so unterwegs sind, das sind tatsächlich Metriken, die sich stapeln, ja, die weniger spekulativ sind und, ähm, da drauf eher hindeuten, ne, ähm, wer das Rennen machen wird, ja, oder könnte und das sieht man zum Beispiel bei Ethereum, ja, mit sehr, sehr großem Abschluss an zu allen anderen, aber in der 200 Cosmos, ja, ziemlich aufgeholt und auch bei Solana ist es ziemlich viel, ja, das sind die zwei Nächsten zum Ethereum, vor allem was die Aktivitäten angeht, ja, und, ähm, das, ähm, hängt vielleicht auch was, ein bisschen was zusammen mit dem Cosmos, diese Umstellung, die jetzt gerade stattfindet und aber auch diese Cosmoverse aktuell, diese große Konferenz, die da stattfindet und, ähm, ja, ich bleibe definitiv gespannt, auch für euch, ja, inwiefern 200 Polka dort und Cosmos im Vergleich zu Ethereum-Marktanteil gewinnen können und in der Zukunft und vor allem in den nächsten Bullen-Markt hinein kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen noch mal gute Farming-Möglichkeit geben wird und das war's von mir, heute aus dem CryptoCafe, mein Name ist Di, ciao, ciao.